hallo und herzlich willkommen ich setze meine reihe mit der blumentechnik fort ich habe wieder silber angerührt für das kissen etwas dicker ich habe fans grey als zell aktivator mit weißem bastel kleber angerührt dann werde ich metallo blau benutzen dieses mit flutol gemischt da habe ich diese künstlerpigmente hinzugefügt die ich vorher in wasser aufgelöst habe und dann benutze ich noch gold und ja so dann fange ich an und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020